Lüchen Hallöchen das mal wieder und ja wir haben wieder Sachen bekommen muss man eigentlich so ganz zu brauchen aber wir haben hier auch noch was bekommen wieder eins damit zugekriegt von mir denn da den kennen wir ja dann machen wir das kann man jetzt immer solchen her wählen sehr nice ist das wusste ich mich ganz am anfang möchte ich mich nicht und wir kriegen wieder Energie sehr nice, sehr nice brauchen wir auch zu den Gegner so sehr nice wir haben hier was dazu ich will danke okay dann gehen wir weiter bis nach da oben ist auch glatt und gehen wir runter wir müssen doch mal reden wer bist du denn so, das bist du okay ja, ja, ja Hemlock bleibt leben wir gehen weiter ich will weiter Danke schön Okay, soo letztes gebiet jetzt wieder spur das ist auch sehr heiß so flüssen schlank die ich muss kurz meine fähigkeit ändern klingen sturm sind feuergebiet mal wie es mit eis läuft erfolgen bieten ich aber mehr feuerwiderstände haben lieb ich habe besser so folgen wir der spur vielleicht kriegen wir auch noch ein level ab wenn wir da so gefolgt sind so 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 krass weiter geht's mit der spur gepackt beruhig sehr sehr nice so so wir haben wir wieder wenn wir das immer mehr kommen ja so 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 wofür die spur lang da für die spur lang so 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 okay das so oben ist die nächste spur so 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 wirst du mal gucken ob nicht vielleicht ein bisschen mehr das ausmacht ne langsamer klar probier das auch mal den unterschied schaden 40 60 60 so macht er mehr schaden ok so 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 mal so 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 Was ist das so jetzt? wir haben dich doch jetzt erledigt sehr nice den ring noch kann ich das wieder auf feuer ändern naja ich probiere mal das probieren das geht's another primordial catalyst like the one below stormfall it's redirecting koordinance energy towards the conflux ok wegkaufen und mann gucken ob es neu ist gibt nun du hast gut ja zumindest hier in der schweren weiß ich und mal mit denen tauschen, so, sehr gut, jetzt haben wir hier, tauschen uns hier, ein Amulett, ein Ring, zwei Ringe, jetzt haben wir die nix großartig, dann, warte mal, wie war das jetzt hier, können wir die vergrößern, konnten wir die hier nicht vergrößern, jetzt mal rausnehmen, Und das jetzt. Gucken die doch mal verbessern, ne? Okay, das geht bis also nicht mehr. Nicht schlecht. Muss man später mal so ein bisschen durchgucken. So. Dann gucke ich hier nochmal drüben. Kaufen. Kaufen. Wir kaufen. Das ist mal mit. Ich brauche mich. Ich hatte doch irgendwie Schilder, ne? Was ist das hier? Ja. Ja, das ist so. Ja, bye, bye. They'll never see it coming. So. Okay. Dann. Wollen wir uns. Hier ist einer. Hier ist irgendwo einer, oder? Wer wird mit später ist. Wer wird mit später ist. Okay. Ja, das gucken wir jetzt gar nicht. Wir sind mal hier. Okay. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Okay. Welcome to our personal chamber, honored guest. Es ist hier, dass unser Kreator, Astaroth the Aberrant, uns gegründet hat, so dass wir diesen Garten auf Cordenau können können. Wenn du deine Garnik-Maths gegründet hast, dann wird du etwas größer Teil sein. Entschuldigung, Lampack. Was für die... Ja, wo bist du da? Ich kann das jetzt nicht machen. Oh. Ah, jetzt geht's gut. Oha. Geht mir viel ab. So. Okay, okay, okay. 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 Das macht nicht viel Schaden. Okay. Das macht nicht viel Schaden. Okay. 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 Ja. Okay. Du stirbst jetzt. Ja, yes. Ja, ja. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach so, ey, warte mal. Ich muss mich schnell erst mal herinnern. Nein, ich wusste es jetzt. Ja, das ist jetzt hier. So. Okay. Ah shit, damit habe ich jetzt. Nicht mit gerechnet. Ich wusste, dass der jetzt kommt, aber nicht sofort. Nicht mit gerechnet. Nicht mit gerechnet. Okay. Einmal aufladen. Schnell, 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 schnell. Okay. 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 Ich kann das jetzt nicht machen. Ich kann jetzt das nicht machen. Okay. ja ok ich glaube ich wird es erst mal verwecken definitiv aber ich würde auch sagen dann ist hier die folge vorbei und wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen da lassen bis dahin